Im letzten Video haben wir bereits drei der Funktionsfelder des Musikunterrichts bei Alt kennengelernt. In diesem abschließenden Video des Moduls soll es um das vierte Funktionsfeld gehen, welches mit stolzen 169 Seiten den Hauptteil des Buches einnimmt. Unter anderem greift Alt hier auf 20 Seiten Ergebnisse seiner Dissertation von 1935 zum Musikhören bei Jugendlichen auf und stellt sie ausführlich dar. Die Musikpädagogik wird sich also bemühen müssen, eine praktikable Auslegungslehre zu entwickeln, die den Schüler in den Stand setzt, nicht nur Anteil zu nehmen an der Interpretation des Lehrers, sondern sie auch aus eigenem anzubahnen und so weit wie möglich durchzuführen. Was in den Sprachen selbstverständlich ist, was auf künstlerischem Gebiet der Literaturunterricht inzwischen erreicht hat, das muss auch im Musikunterricht möglich werden. Und hier ist der Punkt, wo man den Schüler, insbesondere auch den mehr allgemeingeistig als musikalisch Versierten, aus der Reserve herausholen kann. Entscheidend dabei sind für Alt mehrere Aspekte. Die Interpretation soll nach und nach möglichst für die Schülerinnen und Schüler selbst vorgenommen werden und nicht nur im Scheingespräch mit der Lehrkraft entstehen. Außerdem soll es nicht nur um das Nachfühlen und Nacherleben der Kunstwerke gehen, sondern vielmehr auch um das Nachdenken und Nachkonstruieren. Und zwar im Rahmen einer werkimmanenten Interpretation, also am Musikstück selbst. Erst wenn das gelingt, dann kann seiner Meinung nach das Fach Musik im Fächerkanon der neuen Wissenschaftsschule einen rechtmäßigen Platz beanspruchen. Die praktikable Auslegungslehre, die Alt entwickeln möchte, fußt auf drei verschiedenen Ebenen, die ausführlich dargestellt und ausdifferenziert werden. Den Sinnkategorien der Musik, den Schichten des musikalischen Kunstwerks und den Methoden der Interpretation. Auf jeder dieser Ebenen stützt sich Alt auf Modelle von ihm selbst oder anderen Autoren. Es macht wenig Sinn, hier und jetzt ausführlich auf alle Thesen und Überlegungen von Alt einzugehen. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Wer das selbst in Ruhe nachvollziehen möchte, sollte es einfach nachlesen. Hier möchte ich nur die wesentlichen Aspekte der Ebenen zusammenfassen, die Alt für die Auslegungslehre heranzieht. Fangen wir mit den Sinnkategorien an. Alt stützt sich hierbei auf Überlegungen des Musikwissenschaftlers Welleck. Musikwerke werden dabei entweder der Kategorie der verbundenen Musik oder derjenigen der absoluten Musik zugeordnet. Jede dieser Kategorien wird dann wiederum in Unterbereich unterteilt, wie Sie dieser Übersicht entnehmen können. Während verbundene Musik charakterisiert ist durch die Verbindung mit außermusikalischen Faktoren, beschreibt absolute Musik alle anderen Werke. Die Unterteilungen, die hier vorgeschlagen werden, kann Alt selbst nur sehr vage und ungenau beschreiben. Und ich möchte bezweifeln, dass das Schema wirklich dabei helfen kann, Musikstücke eindeutig zuzuordnen. Ich glaube, dass es Alt eher darum ging, für seinen Werkkanon Hinweise zu finden, warum bestimmte musikalische Gattungen und Werke für bestimmte Schulstufen geeignet, für andere hingegen ungeeignet sind. Grundsätzlich wird die Idee eines Werkkanons heute allerdings von der Musikpädagogik überwiegend abgelehnt. Vielleicht können Sie sich ja vorstellen, warum das so ist? Gehen wir weiter zu den Methoden der Interpretation, wie sie Alt versucht zu ordnen. Er benennt drei Zugangsweisen, die phänomenologische, die psychologische und die historische. Hinter dem Begriff der Phänomenologie verbergen sich hier hauptsächlich die Formenlehre bzw. die Formanalyse. Allerdings ist sich als sehr wohl der Tatsache bewusst, dass nicht jeder Schüler bzw. jede Schülerin im Rahmen des Unterrichts wirklich die notwendigen Fachkenntnisse erwerben kann, um eine differenzierte Analyse eines Musikstücks vorzunehmen. Daher fordert er, deshalb sollte man jede Gelegenheit wahrnehmen, der Formenlehre das an geistigem Profil zu geben, was ihr an musikalisch-fachlichem Tiefgang in der Schule notwendig abgeht. Wenn wir den Schüler von seinem allgemeinen Bildungsstand her ansprechen, machen wir geistige Energien frei, die musikalische Ausfälle sachlich zwar nicht aufwiegen können, aber die vorhandenen elementaren Einsichten zu vertiefen und zu weiten Vermögen, die vor allem auch seine Anteilnahme an Dingen der Musik entscheidend fördern. Bei den psychologischen Methoden zielt er auf die Hermeneutik sowie die Stimmungsästhetik ab, wobei es ihm um die Affektausdeutung der Musik geht. Insgesamt habe ich den Eindruck, das Alt hier viele Überlegungen anstellt, um Wege zu schaffen, wie nicht nur ein strukturelles und formales Musikhören befördert werden können, sondern auch ein sinnlich affektiver Zugang zur Musik erhalten bleibt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich persönlich aus diesem Kapitel nichts wirklich Praktikables mitnehme, wie ich denn nun genau mit den Schülerinnen und Schülern an ein Musikstück herangehen soll. Also nichts ist es bis hierher mit den Rezepten für tollen Musikunterricht bei Alt. Eine dritte Ebene gibt es aber ja noch, die der historischen Zugangsweise. Alt nennt hier die kulturhistorische Einbettung von Werken und Personen, um das Verständnis der Musik zu befördern. Außerdem bindet er dies wieder zurück an die Stilkunde, die in den Bereich der Musiktheorie eingeordnet werden kann. Interessant finde ich persönlich, dass Alt sich an einer Stelle ausdrücklich gegen einen fächerverbindenden Unterricht ausspricht und vielmehr fordert, dass die inneren Zusammenhänge nur bis zur Grenze des jeweiligen Faches verfolgt werden sollten. So gehören für ihn zum Beispiel die physikalischen Grundlagen der Musik ganz klar in den naturwissenschaftlichen Unterricht ausgelagert. Aus heutiger Perspektive erscheint diese Ansicht als absolut überholt. Nun zum Thema Schichten des musikalischen Kunstwerks. An dieser Stelle bezieht sich Alt auf Überlegungen des Philosophen Nikolai Hartmann zur Ästhetik. Nikolai Hartmann spricht von den verschiedenen Schichten des Kunstwerks, dem Vordergrund, mit dem er erstens die erklingenden Töne, Rhythmen, Harmonien, Klangfarben und anderen musikalischen Parameter bezeichnet. Zweitens den Mittelgrund, in welchem die erklingenden Parameter zu einem Gesamtbild, einem einheitlichen Strukturgefüge zusammengeführt werden. Und drittens dem Hintergrund, welcher nach der Einsicht in die Gesamtstruktur eine symbolische Deutung des Kunstwerks erlaubt. In Außenschichten fügt Alt nun Innenschichten des Erlebens hinzu, die von der reinen Emotion bis hin zur hintergründigen Vorstellungssymbolik reichen, von der rein subjektiven Wahrnehmung bis hin zur Verbindung mit inhaltlichen Ausdruckscharakteren. Diesen beiden Schichten ordnet Alt dann auch noch entsprechende Arten des Hörungs zu, die vom passiven Hören bis hin zum intentionalen Hören reichen. Damit wird laut Alt keine Wertung der einzelnen Hörweisen vorgenommen, es müssen immer alle Ebenen mitgedacht und gehört werden. Trotzdem verstecken sich hierin durchaus normative Vorstellungen und Alt selbst schreibt, dass ein Musikverständnis nur zu erreichen ist über die Stufen der geistigen Erarbeitung, vom Auffassen über das Begreifen zum Verstehen. Selbst wenn dabei alle seelischen Innenschichten im Verständnis des Klangwerks als einer Sinnganzheit erhalten bleiben. Kommen wir zur Coda. Alle Überlegungen, die Alt im Laufe des Buches angestellt hat, münden nun im letzten Kapitel in einem Lehrgefüge, in dem Alt eine Schulstufen- und schulartenübergreifende Musikdidaktik entwirft, in der den einzelnen Schulstufen spezifische Aufgaben für die Musikpädagogik zugeordnet sind. Diese Grafik und die Beschreibung des Lehrgangs für die einzelnen Schulstufen sind die Resultate aller theoretischen Vorüberlegungen von Alt. Darüber möchte ich aber an dieser Stelle gar nicht mehr viele Worte verlieren, weil ich es viel wichtiger finde, dass Sie sich selbst damit auseinandersetzen und am besten auch mit anderen darüber ins Gespräch kommen sollten. Was halten Sie von den Vorstellungen als, wie man in den jeweiligen Schulstufen Musik unterrichten sollte? Jetzt sind wir am Ende des Moduls Orientierung am Kunstwerk angekommen. Auf Wiedersehen im nächsten Modul!